Okay, wir sind im Flieger. Bist du auch im Flieger, Niki? Gleich. Ich muss noch einsteigen. Okay. Oh, wir sind schon in der Luft. Ich habe den ganzen Start irgendwie verpasst. Hast du verschlafen, ne? Ich habe verschlafen, ja, ich habe verschlafen. Ja, mein kleiner Timmy hier, der schlägt auch. Ja, ich sitze hier so kurz diagonal hinter euch und ich sehe euch. Oh! Okay, ich sehe dich nicht, aber... Oh! Boah! Ich stürze im Arm! Wow! Das ist gerade eine Leiche vorbeigeflogen. Oh, es ist gerade eine Leiche nach hinten geflogen. Boah! Das war heftig. Es ist fast so schön wie Achterbahn fahren. Nein, das ist ein Kannibale. Hallo! Wer soll meinen Timmy in Ruhe lassen? Okay. Ich sehe dich auch. Ja, ich sehe dich. Okay. So, jetzt bin ich richtig. Jetzt habe ich Hände. Guten Tag. Guten Tag, hallo! Hallo! Ja, wir sind im Wald. Wir sind abgestürzt und müssen jetzt irgendwie ums Überleben kämpfen. Und was macht man, wenn man überleben will? Erst mal essen. Essen ist eine gute Idee, weil ich habe... Meine Anzeige ist fast leer. So, jetzt geht es mir wieder besser. Hast du die Passagierliste auch gesammelt hier? Habe ich die Passagierliste gesammelt? Die hängt hier? Ne, hier hängt nichts mehr. Den habe ich dir wahrscheinlich mitgenommen, oder? Das kann sein. Jetzt kann ich drauf geachtet. So, alle Dosen und sowas mitnehmen? Ja. Okay. Ach, da hinten steht noch ein Essen. Ja, Leute, willkommen in the Forest. Hier liegen überall Koffer. Dann wollen wir mal looten gehen, würde ich sagen. Boah, ich wollte hier gerade aufhaken. Ey, du gehst immer dahin, wo ich hin will. Ich wollte gerade sagen, ich gehe auf die linke Seite, du auf die rechte. Aber ich gehe zu rechts. So, ich würde sagen, erst mal plündern und dann gucken wir mal, was wir bauen, ne? Ja, vielleicht erst mal so schnell wie möglich viel Zeug sammeln, dass man erst mal eine kleine Base hat. Ja, ja. Also hier sind einige Koffer. Ich habe jetzt auch schon einiges geöffnet. Oh, was mache ich mit dem Ball? Ich habe einen Ball. Kannst du einfach wegschmeißen. Und ich weiß nicht, ob man damit die Kannibalen ablocken kann, äh, weglocken kann. Das ist mir die so ein bisschen irritiert damit. Ja, aber auf alle Fälle kann ich mit dem Ball die Kannibalen nicht erschlagen. Und deswegen möchte ich auf dem Ball nicht in der Hand haben. Wenn du den ganz feste wirfst, vielleicht doch. Ja, und wenn mehrere Kannibalen kommen, dann ist mein Ball weg. Oh, hier sind Rehe. Hier sind Rehe. Wo, wo? Ach, da. Die sind auch ganz wichtig für uns. Okay, eins habe ich. Ist noch. Ah, ich sehe es. Warte, ich bleibe dort. Ich versuche es zu kriegen. Hallo Rehe. Hallo Rehe. Oh, es ist tot. Ich schlachte das schon mal. Okay. Fleisch habe ich. Also ich habe meins. Ich habe auch meins. Oh, jetzt habe ich den Koffer. Meins, meins, meins. Meins, meins, meins. Habe ich jetzt das Fleisch genommen? Also das Rehe ist weg. Ja, dann hast du Fleisch auf deiner Decke. Hallo. Hallo. Oh, guck mal, die können sich küssen. Die können sich küssen. Warte, halt das mal hoch und so gegen das Licht. Warte, am besten dann hier so. Höher. 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 Das ist voll witzig. Aber die mögen sich. Bei mir bist du jetzt da drunter. Unter meinem. Nee, ich bin ein bisschen größer, aber es mag dann nichts. Hallo. 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 Oh, so viel Liebe hier in diesem Spiel. Ja. Liebe mit abgehackten Köpfen. Schon ein bisschen makaber. Nee, dann gehen wir mal wieder zurück, oder? Ich würde auch sagen, dass wir da mal direkt jetzt mal anfangen zu bauen. Ich glaube, die Koffer haben wir soweit erst mal geplündert, oder? Ich würde sagen, ja. Aber ich gucke noch mal. Die Frage ist, ob wir hier bauen oder uns halt eine andere Stelle suchen für den Bau. Ich meine, am Strand ist auch nicht schlecht, wenn da in der Nähe Bäume sind, ne? Das wäre natürlich auch gut. Ich gucke mich noch mal ganz schnell hier um, dass ich in den... Ich gehe mal kurz in den Berg hier runter und gucke mal. Oh, hier am Strand liegen auch... Ja, ich würde sagen, dass wir hier anfangen. Ich habe noch ein Reh gefunden. Das ist gut. Hier liegen noch Koffer. Komm mal her. Hier am Strand liegen auch noch 20 Koffer. Auch hier liegen auch noch einige. Okay, dann komme ich hoch. Ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt nicht, wenn ich dem Reh hinterher... Dann geh mal jemand an. Oh, das mag nicht. Niki weg, weil sie hinter dem Reh her ist. Nee, ich komme zurück. Und dann können wir die Folge drehen Lost. Ja. Oh, ich bin in so einem Lager. Hier sind Zelte. Hier ist es auch noch. Okay, ein paar Koffer sehe ich jetzt hier auch noch. Aber ich weiß nicht, wo du bist. Ja, ich bin gleich am Fluch. Bist du hinterm Flugzeug? Nee, ich bin seitlich. Okay, ich sehe dich nicht. Ja, ich würde sagen, dann machen wir uns direkt dann auf den Weg runter zum Strand. Da liegen nämlich auch noch Koffer. Warum kann ich denn das Fleisch nicht auf? Bist du vielleicht schon voll? Hast du die ganze Decke voll? Da muss ich mal gucken. Ich habe jetzt hier ein paar Stücken Fleisch, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du vollst. Hier liegt Geld. Wow, jetzt bin ich gerade hoch. Also ich bin jetzt auch an so einem Zeltlager. Ja, da bin ich. Warte, hä, wo ist denn das jetzt? Ich sehe dich nicht. Oh mein Gott. Nee, ich bin nicht am Zeltlager. Natürlich bin ich da nicht. Aber ich habe mich verlaufen. Ey, scheiße. Wo ist denn jetzt das Flugzeug? Hier ist ein Fliegenpilz. Den wollen wir nicht essen. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich bin gerade in die falsche Richtung gelaufen. Guck mal her. Ich habe Faires gefunden. Hier. Hier sind noch. Hallo. Ich sehe dich nicht. Ja, dreh dich doch mal um. Ja, dreh dich doch. Da. Hallo. Hallo. Warte, hier sind noch Koffer. Das ist gut, ja. Schnell sammeln und dann würde ich sagen, runter zum Strand anfangen zu bauen. So einen Unterschlupf haben. Ah, schon wieder so ein scheiß Tennisball. So. Weil da waren nämlich in der Nähe Bäume. Oh, hier liegt ein Kopf. Hallo Bambi. Ja, hier liegt noch Fleisch. Guck mal. Nee, bei mir lag nur der Kopf da. Ah, okay. Ich versuche es zu nehmen. Nee, kann ich auch nicht. Ich bin auch voll. Ja gut, das macht nichts. Das ist cool. Hier ist ein Teich. Oh, ist das schön. Hier können wir auch noch angeln. Angeln. Fischi, Fisch. Auch Fische aufsammeln und trinken können wir hier auch. Auch wenn es nicht das beste Wasser ist. Aber reicht erstmal dann. Würde ich auch sagen, dass du schon mal was trinkst hier. Okay, ich kann keine Fische mehr sammeln. Ich bin auch voll. Ich trinke jetzt nochmal was und dann runter zum Strand. Hier ist ja irgendwo ein Fisch noch. Den ich da aufsammeln kann, oder? Hast du hier diesen, die lag irgendwo, habe ich diesen Speer gefunden. Liegt er bei dir hier auch? Nee. Liegt er nicht doppelt? Okay. Ja, dann lass uns mal weiter, oder? Lass uns zum Strand, genau. Wo ist das Flugzeug? Jetzt habe ich mich ein bisschen. Ja, du, das fragst du die Falsche. Ich habe null Eugenziele. Das ist der Zellplatz. Oh, warte, wo bist denn du jetzt? Ey, das ist ja... Ach, da, ja. Das ist Flugzeug. Ja, ich sehe dich, ich sehe dich. Warte mal. Hier ist auch noch ein Koffer. Jetzt habe ich einen Speer gefunden, glaube ich. Ja, das ist gut. Auf jeden Fall wissen wir, wo da ein bisschen Kram ist. und ein Teich und so weiter. Hier ist ein Topf, hier ist Geld. Ja, alles aufsammeln, was geht. Aber jetzt müssen wir echt los, weil ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis es ein bisschen dämmer, ne? Ey, warte mal, was ist denn das hier noch? Da bist du. Ja, ich bin auch an den Zelten. Ich konnte nicht genug kriegen, ich war... Ich crafte mir mal jetzt hier schon mal. Was ist das denn? Was ist das? Da ist ein Viech. Ja, komm, komm, wir gehen zum Strand. Wo bist du? Ich sehe das Flugzeug gar nicht. Dreh dich um, dreh dich um. Dreh dich um. Ja, oh, jetzt. Oh mein Gott. Ja, die Ersten beobachten uns einfach nur. Also, es gibt welche, die nur beobachten und die machen auch nichts. Erstmal nichts. Wir bauen uns jetzt... Ich bin auch ihrer bösen Freunde. Wir bauen direkt jetzt ein Haus, ein kleines und ein Feuer, würde ich sagen. So, hier am Strand ist das ganz gut. Du, ich spiele das Spiel jetzt zum zweiten Mal. Also, nicht wundern, wenn ich mich ein bisschen blöd anstelle. Ja, ist kein Problem. Was ist denn dort? Das steht wie so ein Container oder so. Ja, da können wir später hin. Lass uns jetzt bauen. Ja, aber hier sind noch die ganzen Koffer. Ja, die laufen nicht weg. Gut. Erstmal craften, dass wir jetzt hier einen Unterschlupf haben. Ich laufe auch nicht weg, weil ich keine Ausdauer habe. Willst du hier bauen oder dort an dem Stamm, der da steht oder was? An welchem Stamm? Können wir auch als Position nehmen, ja. Oder auf die Insel. Gut ist ja, hier können wir auch schon mal Schildkröten sammeln und so weiter. Da kann man nämlich Wasserspender draus machen. Ich weiß nicht, ob das so okay ist, aber wir probieren einfach mal. Oh, das ist voll... Oh, guck mal hier. Mit dem Sand und so, das ist voll toll. Oder wenn wir hier so ein schönes Haus am Strand bauen. Ja, wir können ja immer nachher noch ein großes Ding bauen, ne? Lass uns jetzt erst mal sammeln hier. Und das erste bauen. Ja, aber lass nicht die Bäume so dicht hier fällen. Die müssen ja hier schön bei uns stehen bleiben. Ja, aber wir wollen ja nicht so weit weglaufen jetzt, ne? Ja, das ist eigentlich auch richtig. Aber ich hab's halt auch schön so in der Umgebung. Ah, jetzt hab ich ihn in die Wand gehauen. Ehrlich, ich hab's gehört. Das ist mir auch schon passiert, ne? Ja, ein Königreich für einen 30 Quadratmeter Zockerraum. Das ist ja natürlich was. Vorsicht, Baumfeld. Ah! Oh! Kann man da erschlagen werden? Ja, man kann, glaube ich, erschlagen werden, ja. Und wenn da jetzt irgendein Gebäude stehen würde, wird das auch, glaube ich, kaputt gehen. Mhm. So, sechs Dinger haben wir schon. Dann haben wir wenigstens schon mal einen... Ich war jetzt einfach mal so frech und hab die Stämme genommen, die du gefällt hast. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. So, ich fähre jetzt mal zwei Dinger hier, dann soll man dann auch fertig sein mit der... Wo der jetzt hinfliegt. Und danach müssen wir echt gucken, dass wir uns, äh, ein Feuer bauen. Ein Haus am Strand haben wir gleich. So, noch drei? Das stimmt. Ich hab zwei grad, da liegt aber noch. Bin schon wieder nah an der Wand. Das Spiel ist sehr verlockend, hier rumzulaufen. Eins brauchen wir noch. Ja, ich hab schon zwei hier, dann können wir direkt ein großes Feuer am Strand bauen. Damit wir ein bisschen Licht haben nachher, wenn's hier... So, jetzt haben wir schon unser... Das ist wie Urlaub, ach geil. Ja, geh schwimmen. Zieh dir ein Bikini an, gehst du schwimmen. Leuchtfeuer, Leuchtfeuer ist gut. Ich muss noch die Hütte damit abfacken. So. Stillkröte. Oh, wir müssen auf jeden Fall Stillkröten sammeln. Und diese Spender bauen. Tut mir leid, Schildi. Da kommen noch, äh, zwei weitere. Und man kann leider nur einen Panzer nehmen. Ja, ja, ja. Warte, ich hol mir die. Ich muss erst mal ein bisschen rauskommen. Und die stellen wir uns dann auch hier hin. Ja, komm raus. Komm schneller. Ich will dich erschlagen. Na komm. Na komm raus. Wassersammlung, so. Wenn wir hier neben dem Haus. Ja, komm. Hop, hopp. Meins sind die langsam. Ich baue direkt. Noch zwei. Ja, wenn du willst, kannst du die hier mit erschlagen. Ja, ja, du kannst jetzt mit dem einen Panzer, den du gesammelt hast, hier hinkommen, dann kannst du schon mal, äh, den auf einen von den Dingern tun. Möwe. Ich habe da nämlich Wasserspender hingestellt. Oh, ich bin so doof, kannst du dir das vorstellen? Jetzt habe ich den Schildkröten in der Hand. Da liegt ja überall Fleisch. Wir müssen uns echt mal auch jetzt ein trocken Ding bauen. Ja, was ist das? Weißt du, ich habe den Mund von der Schildkröte so offen gesehen und sage nur, ich habe die im Mund. Also mal. Oh, ich bin blöd. Ja, ich kann das Fleisch gar nicht sammeln. Habe ich jetzt den Panzer gesehen? Oh, jetzt habe ich wieder diese Schildkröte. Ich baue jetzt hier direkt auch nochmal ein Trockengestell hin, das wir auch vielleicht dahin packen können. Ja, hast du den Panzer jetzt genommen, den ich hatte? Ja, nee, nee, nee. Du müsstest einen Panzer haben eigentlich. Warte mal, ich gucke mal, ob ich einen Panzer habe. Jetzt schnell bauen noch. Ja, ich habe einen Panzer. Wie kann ich ihn damit bauen? Gehe ich zu unserer Hütte. Da habe ich schon so Dinge hingestellt. Ein Panzer fehlt noch. Ah ja, den mache ich da hin. Genau. Und dann fehlen uns nur noch Stöcker und dann. Oh, jetzt wird es echt dunkel. Wir müssen uns beeilen. Aber wie mache ich denn das? Normal mit der Grip-Taste glaube ich. Oh, ich habe es verstört. Ich habe es verstört. Ich habe das kaputt gemacht. Das ist blöd. Das ist sehr blöd, Alter. Aber die können wir neu bauen, ist kein Problem. Und da welchen? Da kommt schon eine neue Schildkröte. Ja, den Panzer habe ich ja noch. Oh, ich habe auch noch eine Schildkröte jetzt. So. Brockengestellen müssten wir fertigstellen. Aber wie wähle ich denn den Panzer aus, dass ich den? Den habe ich ja noch im Inventar. Ich habe den Panzer nicht mitgenommen. Ja, wie mache ich denn den jetzt hier ran, wenn ich auf Bauen gehe? Ach so. Jetzt hat er erst die Schritte. Einfach daneben stellen und... Warte, ich probiere mal. Ich meine Grip-Taste. Ja, bauen. Die Grip-Taste ist es bei mir. Ja, jetzt. Ach so, es hat erst die Stöcker gebaut. Möwe, 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 Möwe. Ich habe einen kleinen Möwenkopf. So, brauchen wir aber nicht. Wir brauchen noch ein paar Stöcker. Müssen wir unbedingt jetzt hier. Ja, dann... Ach so, weil wir dieses trockenen Dings da bauen. Genau, ja. Und dann können wir uns auch Fleisch da schon mal hinpacken und... Genau. Im Wasser liegt noch von der Schildkröte das Fleisch. Einer fehlt noch. Und die Wasserspender müssen wir auch fertig bauen. Einen habe ich ja gebaut, oder? Ich weiß nicht, ob der fertig ist. Ich sammle jetzt einfach mal hier ein paar Stöcker. So. Ähm, hier im Wald liegen noch Koffer. Ja, gehen wir uns nachher. Und ich würde jetzt erstmal gar nichts mehr Richtung Wald gehen. Das ist so dunkel. Ja, wir machen uns auch gleich das große Feuer an. Hier ist da noch ein Reh. Noch ein Reh. So, vielleicht kriegen wir ja am ersten Abend noch keinen Besuch. Das wäre gar nicht so verkehrt. Wenn nicht, muss man in das Häuschen reingehen, oder? Ja. So, die Wasserspender sind jetzt fertig. Ich mache das große Feuer jetzt an. Ja. Aber das schadet nichts, wenn wir gleich noch einen da hinstellen, weil... ... Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Aber dafür muss er auch erstmal rechnen. Ähm, warte mal. Ich kann ja auch noch so ein Gestell bauen, oder? Ja, dann bau du das. Ich baue jetzt dann noch ein kleines... Wo ist denn das? Äh, nee, das... Und da, äh, dieses Fisch-Symbol im Buch, unter Fisch-Symbol. Ja. So, noch ein kleines Feuer hier. Trocken-Gestell. Natürlich fehlt mir ein Holz. Boah, sieht wohl cool aus, die Nacht, ne? Ja, total. Ja, das ist richtig toll hier so. So eine schöne Sommernacht am Strand, wird Lagerfeuer. Ja. Und Kannibalen. Kannibalen. Aber ich stehe hier im dunklen Wald und hier knackt es... Ja, die Saunen sind echt gut, ey. Oh, hier ist noch ein Reh. Und dann mal jetzt... ...baue ich dieses Teil mal zu Ende, dass ich meinen Freistein nenne kann. Dann kann ich das wenigstens hier aus... Äh. Genau, dann haben wir... Dann haben wir das nämlich auch schon mal... Ja, guck mal, was ich hier für Leckerbissen rangehangen habe. Ich gehe jetzt noch mal da zum Strand, mal gucken, ob ich die... ...schildkrötenfleisch finde. So, was machen wir jetzt erst mal genug? So, jetzt haben wir noch ein kleines Feuer, aber etwa notfalls dann noch anzünden können. Ich guck mal in den Wald rein, ob ich schon irgendwie was sehe, aber... ...bisher noch nicht. Und du musst aufpassen hier, äh... ...es gibt auch Haie, ne? Also, wenn du, kann sein, wenn du zu weit reingehst, dass, äh... ...dass ich dann plötzlich verschwunden bin. Hier liegt noch Fleisch, cool. Ich habe auch gerade eins gesammelt, das andere habe ich gar nicht gefunden. So. Jetzt müssen wir noch mal irgendwie eine... ...ne Nacht haben, wo es mal regnet. Dann haben wir auch... Oh, der Mond, ey, das sieht ja genial aus. Ja. Der bewegt sich wohl schnell. Ja.